Hey Nachbar, ich bin gerade auf dem Bassardplatz. Hier ist die EWP mit ihrer Hallo Nachbartour. Coole Sache. Man kann eine ganze Menge erleben. Die E-Schwalbe ist toll. Sieht aus wie früher, fährt aber elektrisch. Das war echt ein großer Spaß. Aber auch viele andere E-Fahrzeuge sind hier zum Ausprobieren. Hier wird auch gezeigt, wie aus Sonne Energie entsteht. Kinder können Solarautos basteln. Das wäre doch auch was für deine Kids. Dann gibt es hier noch eine ganz witzige Idee. Man kann sich in ein Stadtteil-Wimmelbild reinzeichnen lassen. Sieht ziemlich gut aus. Wusstest du, dass Potsdam bis 2050 klimaneutral werden soll? Hier ist auch das Thema. Und natürlich erfährt man alles rund ums Thema Ausbildung und Jobs bei den Stadtwerken. War deine Älteste nicht noch auf der Suche. Ah Mist, mein Akku ist leer. Ach weißt du, pack doch einfach deine Familie ein und komm vorbei. Super, wir treffen uns an der Trinkwasserbar.